Welche Risiken gehst du ein, wenn du zu sehr abhängig bist von Booking.com? Und wie kannst du diese Risiken mittelfristig vermeiden? Darum geht es in diesem Video. Wir reden ja auf diesem Kanal sehr oft über Fevo Marketing beziehungsweise auch darüber, nicht alle Eier in ein Nest zu legen. Und heute gehen wir mal ein bisschen tiefer rein in die Thematik und schauen uns an, welche Risiken einhergehen mit deiner eventuellen Abhängigkeit von Booking.com oder Airbnb. Und wie du diese Abhängigkeiten mit der Zeit reduzieren und sogar in Zukunft komplett vermeiden kannst. Wir beginnen mit zwei persönlichen Anekdoten. Einmal eine Anekdote aus meiner Zeit als Account Manager New Partnerships bei Booking.com. Da erzähle ich dir eine persönliche Anekdote. Und auch nochmal eine zweite Anekdote aus der Ferienvermietung meiner Eltern und warum es Sinn macht, sich eben mit der Thematik Unabhängigkeit von Buchungsportalen auseinanderzusetzen. Aber keine Sorge, wie immer am Ende des Videos oder später im Video zeigen wir dir zehn Schritte, die du abarbeiten kannst, um mittelfristig diese Abhängigkeiten zu vermeiden. So, die erste Anekdote, als ich 2017 und 2018 für Booking.com in Berlin gearbeitet habe als Account Manager New Partnerships, vielleicht zeigen wir hier mal ein paar Fotos von damals, war ich zwei Monate auf Relocation im Düsseldorfer Office. Ich habe dem Düsseldorfer Team ausgeholfen und dadurch ein interessantes Telefonat, weil es als Account Manager ist ja unsere Aufgabe nicht nur oder meine Aufgabe damals als Account Manager New Partnerships, aber nicht nur der Vertrieb und das Verkaufen und Leute wie dich als Vermieter zu überzeugen, als Gastgeber auf das Portal zu kommen, sondern auch Booking.com Extranetz durchzuführen. Aber wir haben auch Partnersupport betrieben, weil Booking.com hat ja zwei Supports, einmal den Customer Service Support und den Partnersupport. Das heißt, wenn du Vermieter bist von Ferienhäusern, Ferienwohnungen und Service Apartments und deine Objekte inserierst, dann hast du Zugang übers Booking.com Extranet und kannst Tickets aufmachen, indem du Nachrichten verständest, aber du kannst auch anrufen bei deinem Office. Das heißt, ich habe Partnersupport betrieben und ein Case ist mir sehr hängen geblieben in meinem Gedächtnis als Beispiel dafür, wie wichtig es ist, nicht alle Eier in ein Nest zu legen. Damals gab es auch schon das Rent-to-Rent-Modell, also heutzutage ist ja das Airbnb-Arbitrage-Modell sehr bekannt, weil sehr viele Coaches dieses amerikanische Business-Modell nach Deutschland tragen. Und damals hatte ich ein sehr interessantes Telefonat im Rahmen des Partnersupports, Partnerservice mit einem Vermieter, der Arbitrage betrieben hat und der sehr gestresst war, weil Booking hat ihn offline genommen, also hat ihn unbookable gesetzt mit seinen, ich glaube, 17 oder 20 Apartments hatte er damals in Düsseldorf und Umgebung und der Vermieter war natürlich sehr, sehr gestresst, weil im Arbitrage-Modell hat er natürlich Fixkosten, er muss Miete bezahlen und auf einmal war sein wichtigster Distributionskanal und eigentlich sein einziger, weil die Webseite war damals nicht erwähnenswert, was er da hatte. Und ich konnte während des, ich werde jetzt natürlich keine Details nennen, worum es da ging im Spezifischen und warum er not bookable gesetzt wurde beziehungsweise gesperrt wurde vom Booking, aber ich erinnere mich ganz genau an das Telefonat beziehungsweise die Emotionen und diese Verzweiflung, die rüberkamen von dem damaligen Gastgeber beziehungsweise Vermieter, dass im Grunde, ja, sein wichtigster Distributionskanal zu ist. Und damals habe ich mir schon gedacht, wow, wie muss das sein, wenn du irgendwie einen Online-Shop hast und du vertreibst deine Produkte nur über Amazon und Amazon sperrt dich, ne? Du bist von heute auf morgen, kannst du dein Business zumachen. Und das ist die erste Anekdote, die ich mit dir teilen wollte, wie wichtig es ist, eben nicht nur Booking.com als Distributionskanal, als Vertriebskanal für deine Verfügbarkeiten, für deine Unterkünfte zu nutzen. Vielleicht noch abschließend, viele wissen es nicht, ich habe fast vier Jahre bei Intel gearbeitet, im Controlling, also im Operational Finance, bevor ich bei Booking.com angeheuert wurde in Berlin und vorher war ich noch in einem Berliner Startup tätig und ich habe immer gerne mir die Zahlen angeschaut. Und auch vielleicht noch abschließend, ich habe ja auch die Zahlen gesehen, was dieser Vermieter mit diesen 17 oder 20 Objekten gemacht hat. Und das war wirklich sehr, sehr viel. Und jetzt stell dir mal vor, dass von heute auf morgen ist das auf null gesetzt beziehungsweise dein Distributionskanal ist zu. Also es kann sehr, sehr stark wehtun, besonders, wenn du mehrere Objekte vermietest. Gut, jetzt kommt die zweite Anekdote, auch wieder eine persönliche Anekdote von mir, als meine Oma zu mir ankam, vor, ja, schon ein paar Jahre her. Ja, Herr Jacek, kannst du mal ein bisschen Werbung machen im Internet für das Ferienhaus, meine Eltern? Damals haben sich meine Eltern beziehungsweise die Familie hat sich entschieden für TUI Ferienhaus. TUI Ferienhaus lief relativ okay. Vier bis sechs Wochen im Jahr reichte so, um die Fixkosten zu decken und kleine Reparaturen zu tätigen am Ferienhaus. Aber es war nichts Besonderes. Aber dann ist TUI Ferienhaus eingebrochen, was auch sehr oft der Fall ist. Wir machen ja Fevo Marketing schon seit 2019. Und wir kennen auch andere Portale, Wimdu damals wurde ja auch zugemacht. Oder aktuell ist das Thema bei traumferienwohnungen.de, dass da nicht mehr so viel kommt wie früher nach dem Verkauf der Firma. Und auch hier wieder die Anekdote. Damals habe ich natürlich, das war die Zeit, bevor ich bei Booking gearbeitet habe, also vor 2017 und 2018. Und dann, mir wurde erst klar, wie stark Booking.com auch in der Home-Kategorie ist. Also ganze Ferienunterkünfte, Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Service-Apartments etc. pp. Ich kam ja nicht aus der Hotellerie. Ich habe Booking eigentlich assoziiert immer mit Hotels. Aber dann haben wir auch inseriert, unter anderem bei Booking.com, Revo direkt, Airbnb. Und ich war besonders überrascht, wie stark Booking war. Auch hier wird ja die Quintessenz, wenn du dich, weil Abhängigkeiten kannst du ja nicht nur schaffen zu Booking.com hin, sondern auch zu irgendeinem anderen Buchungsportal, das du vielleicht gerade primär nutzt. Denk dran, im Leben, auf der Welt und im Universum ist immer alles in Flux. Alles ist immer in Bewegung. Nur weil bei dir aktuell Hundeurlaub.de gut läuft, heißt das nicht, dass es nächstes Jahr oder übernächstes Jahr immer noch gut laufen muss oder wird. Gut, jetzt haben wir zwei persönliche Anekdoten geteilt mit dir aus der Praxis, aus der echten Welt, warum Risiken zu vermeiden sind, weil sie eine direkte Bedrohung sind für dich als Gastgeber, deine betriebswirtschaftlichen Ziele zu erreichen. Und generell, diese Abhängigkeiten sind ja auch vermeidbar. Und als nächstes verraten wir dir zehn Schritte oder zehn Punkte, zehn Tipps, die du Step-by-Step, Schritt für Schritt umsetzen kannst, um mittelfristig deine Abhängigkeiten abzubauen. Egal, ob du sie aufgebaut hast, zu Booking.com hin, zu Airbnb oder zu anderen Buchungsportalen. Super, der erste Schritt, den du natürlich gehen kannst, ist, deine eigene Webpräsenz aufzubauen. Auf diesem Kanal findest du sehr viele Tipps und Videos zum Thema Homepage-Erstellung, Fevo Webdesign, Fevo SEO. Also der erste Schritt ist natürlich, eine eigene Webpräsenz aufzubauen, deine eigene Webseite. Und auch hier ganz, ganz wichtig, ein paar Dinge, die du berücksichtigen solltest. Erstens, mach die Buchung bzw. die Anfrage. Wir empfehlen unseren Coaching-Teilnehmern, unseren Webdesign-Kunden mittlerweile, ganz klar. Erlaube die Direktbuchung über deine Webseite. Arbeite mit einem Channel Manager bzw. mit einem PMS-System zusammen. Egal, ob es Logify ist, Mobu, Evivo, V-Office. Also mach es den Leuten wirklich einfach, dann auch bei dir zu buchen, weil was bringt dir der Traffic? Auch denk dran, du hast ja den Billboard-Effekt. Menschen werden dich auf Booking.com oder Airbnb finden, werden dann nochmal googlen. Idealerweise finden sie dein Google Maps-Inserat und deine Webseite. Aber wenn sie dann in Kontakt mit dir treten, egal ob es über WhatsApp ist, übers Telefon oder per E-Mail oder auf der Webseite, gib den Leuten die Möglichkeit, schnell und einfach direkt über die Webseite zu buchen. Ich verstehe und respektiere das, wenn du noch mit einem Kontaktformular arbeiten möchtest und jeden nochmal screenen willst, bevor du die Buchungsbestätigung rausschickst, das ist fein. Aber mittlerweile gibt es so zugängliche Tools, die es damals gar nicht gab, als ich bei Booking gearbeitet habe, mit denen du wirklich sehr einfach deine Webseite zu einem Direktbuchungskanal aufbauen kannst. Und wie diese Direktbuchung aussieht, wie dieser Datepicker aussieht, wie diese Buchungsstrecke aussieht, haben wir dir hier im Video verlinkt. In einem Blogartikel zeigen wir dir, wie sieht eine Webseite aus, die zum Beispiel Logify nutzt als Buchungsstrecke oder Smobu als Buchungsstrecke oder Evivo als Buchungsstrecke oder V-Office. Es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Channelmanager und PMS-Systeme und man ist leicht überfordert bei der ganzen Auswahl. Aber wie gesagt, fühle dich nicht überfordert. In der Videobeschreibung findest du einen Blogartikel, kannst dir das da in Ruhe anschauen, wie diese Buchungsstrecken aussehen. Und es ist wirklich, es war niemals so einfach wie heute, sich seinen eigenen Buchungskanal abseits der Buchungsportale aufzubauen. Tipp Nummer zwei, beziehungsweise ein zweiter Schritt. Jetzt hast du deine eigene Webpräsenz. Super, du kannst direkt Buchungen beziehungsweise Anfragen abarbeiten. Großartig. Ganz wichtig, SEO. Das ist der zweite Tipp, Suchmaschinenoptimierung. Leider ist es so, dass es sehr viele Webseigner da draußen gibt, die nicht spezialisiert sind, die dir eben schnell was zusammenklatschen für ein paar tausend Euro. Und dann bist du aber trotzdem nicht sichtbar in den Google Suchergebnissen oder Bing Suchergebnissen. But that's fine. Da kann man meistens noch was rausholen. Und achte, wir haben ja schon ein Video abgedreht. Das sind die Dinge, worauf du achten solltest, wenn du einen Webdesigner oder einen Freelancer aussuchst oder auswählst und in eine Zusammenarbeit gehst. Suchmaschinenoptimierung ist wirklich das A und O. Die meisten Webseiten, die da draußen sind, die kriegen keine Buchungen, weil sie eben gar nicht sichtbar sind in den Google Suchergebnissen. Und das ist einer der Hauptfehler bei Webseiten, die wir sehen von Gastgebern in der Kurzzeitvermietung. Du kannst mit einem One-Pager arbeiten, mit einem One-Pager und Anchor-Links und so weiter und Smobu verbauen oder Logify. Aber wir empfehlen dir, weil wir wissen, es funktioniert, mach lieber einen 6-Pager, 10-Pager, baue noch einen Blog mit ein, weil auch wenn du nur ein Objekt hast, du kannst dir mit der Zeit eine Webpräsenz aufbauen mit 10, 20, 30, 40, 50 URLs im Google Index und kannst wirklich locker 1.000, 2.000 organische Klicks jeden Monat von Google erhalten. Und das sind kostenlose Klicks, das sind Menschen, die dich organisch über Google finden und glaub mir, die Leute googeln. Tipp Nummer 3, Website, SEO und jetzt Social Media Marketing. Wir haben auf diesem YouTube-Kanal schon ein paar Mal kommuniziert, allein die Tatsache, dass du die sozialen Medien aufsetzt, hat einen Wert für deine Webseite und für dein SEO. Das heißt, ganz, ganz wichtig, ich hatte auch vor kurzem wieder ein Telefonat mit einer Vermieterin, die sehr skeptisch war, die gesagt hat, Jacek, ich habe gar nicht die Zeit, ich vermiete nebenbei mein Chalet oder mein Ferienhaus, ich arbeite Vollzeit, ich habe da keine Zeit für Social Media, weil alle haben noch den Glaubenssatz, ah, wenn du Social Media machst, musst du da jetzt den ganzen Tag irgendwie Content produzieren. Das ist faktisch nicht richtig. Du kannst Social Media aufsetzen, alleine das hat schon einen Wert. Es gibt wirklich Strategien und Wege, wie du eben nicht die ganze Zeit auf Facebook, Pinterest, YouTube oder Instagram hängen musst. Aber glaub mir, es wird sich für dich lohnen, weil diese paar Stunden Aufwand am Anfang haben einen sehr langen, ich will nicht sagen Rattenschwanz, aber sehr viele Vorteile in the long term. Gut, jetzt hast du die Basics. Der vierte Punkt ist ein bisschen für die Profis und die, die schon ein bisschen größer sind beziehungsweise schon ein bisschen fortgeschritten und das ist E-Mail-Marketing. Das Tolle an Direktbuchung ist und direkten Anfragen ist, du hast die Kontaktdaten und du hast die E-Mails deiner Gäste, deiner potenziellen Gäste und auch wenn du eine starke Webpräsenz aufbaust, kannst du mit einem Newsletter arbeiten. Menschen, die sich irgendwie für den Schwarzwald interessieren oder für Masuren oder für Travemünde, du wirst dich wundern, Leute tragen sich ein, Leute geben dir die E-Mail und so eine E-Mail-Liste, auch wenn sie klein ist, 100, 200, danke Maggie, 500 E-Mail-Adressen, so eine Liste aufzubauen, auch wenn es ein bisschen dauert, ein halbes Jahr, sechs, hier ein Jahr, zwei, aber so eine E-Mail-Liste ist wirklich Gold wert, besonders wenn du kurzfristig irgendwas frei bekommst oder mal ein Deal schalten willst. E-Mail-Marketing funktioniert, glaub mir, wir haben es gesehen. Tipp Nummer fünf ist wieder absolute Basics, aber auch die Basics werden oft nicht umgesetzt, was ich auch irgendwie verstehen kann, weil viele unserer Kunden zum Beispiel sind entweder arbeitstätig oder sind selbstständig, haben ein Architektenbüro oder sind Anwälte oder Berater, haben viel zu tun, also arbeiten, Google My Business, also Google Maps aufsetzen und aber ganz wichtig auch optimieren, das tun wir dir auch gerne im Rahmen eines Gruppencoachings oder One-on-One-Coachings erklären, da gibt es ein paar kleine Stellschrauben, an denen du dir drehen kannst. Wir haben die Erfahrung gemacht, Google Maps, eine Kleinigkeit, ein kleiner Hebel, aber ist auch sehr wertvoll und zum Teil kommen sogar Anfragen über Google Maps, wenn du es dann aktiviert hast. Plus, denk dran, Google Maps ist Local SEO auch, man unterscheidet zwischen SEO übergreifend, also in ganz Deutschland, jemand aus München sucht sich was in Travemünde, aber es gibt ja auch Local SEO, das heißt, jemand ist schon dort irgendwo am Prival oder in Travemünde und sucht nach einer Unterkunft solche kurzfristigen Anfragen, du bist auch und da kommt Google Maps ins Spiel. Tipp Nummer sechs, alternative Buchungsportale. Buchungsportale. Damit du natürlich die Intensität der Abhängigkeit verringerst, kannst du natürlich diversifizieren, ähnlich wie beim Aktienmarkt über ETFs, indem du sagst, hey, ich mache jetzt nicht nur Booking auf, sondern ich vermiete auf den Top drei in Deutschland. Wer sind die Top drei in Deutschland? Das ist natürlich Booking.com, Airbnb und Febo direkt in der Reihenfolge und manchmal gibt es auch Überraschungen, ich werde mir jetzt ein Chalet betreut, weg von der Agentur zur Direktvermietung, Direktvermarktung in Österreich und da kamen zum Beispiel die ersten Buchungen, was mich sehr überrascht hat, ich bin mir sicher, dass es Booking sein wird, aber es war Febo direkt und Airbnb, die ersten Buchungen kamen rein, abseits der Agentur, auch cool für den Vermieter, weil weniger Kosten. Also streue deine Buchungsportale und wir sind auch ein großer Fan davon, vom Pareto-Prinzip, du kennst ja, 80% deines Outputs kommt von 20% deines Inputs, 20% deiner Kunden machen 80% deines Umsatzes, dieses universelle Gesetz aus dem Universum, das Pareto-Prinzip, die 80-20-Regel und du brauchst, warum rede ich dafür, du brauchst nicht diese Dienstleister, die dich überall reinschießen und du denkst, du musst überall sein, du musst nicht überall sein. Wir haben auch wieder vor kurzem jemandem geholfen, wegzumigrieren von der Kurverwaltung und direkt zu vermieten und du brauchst eigentlich nur die Top 3 und dann noch ein paar Nischenportale, you are fine. Du brauchst diese Dienstleister nicht, die dir was günstig verkaufen am Anfang, schießen dich überall rein, aber am Ende merkst du, wow, warum ist denn das Delta so groß zwischen dem, was ich bekomme und das, was der Gast bezahlt hat. Da fallen die meisten Vermieter beziehungsweise Gastgeber oft vom Stuhl. Ein kleiner Pro-Tipp bei der Auswahl der Nischenportale. Wir sind ja ein Fan von ferienanwasser.reisen. Meine Eltern und auch viele unserer Kunden tun dort inserieren, also ferienanwasser.reisen für alle Unterkünfte, maximal 500 Meter Luftlinie zum Wasser. Dann gibt es Little Travel Society für Urlauber mit Kindern. Wenn deine Zielgruppe Urlaub mit Hund ist, dann kannst du dir tophundeurlaub.de anschauen, hundeurlaub.de etc. Es gibt ganz, ganz viele interessante Nischenportale, Urlaubsarchitektur und so weiter und so fort. Je nachdem, aber alles wieder steht und fällt mit deiner Zielgruppe. Deswegen mach dir da Gedanken, wer dein ideeller Gast beziehungsweise deine drei Gästavatare eigentlich sind. Tipp Nummer 7, Sonderaktionen und Rabatte. Du weißt ja, wenn du Booking.com nutzt, Booking.com hat das Spiel der Rabatte beziehungsweise Deals gemeistert und auch du solltest dir Gedanken machen zum Thema Angebote und Sonderaktionen. Ob das jetzt die Nebensaison ist beziehungsweise Frühbucher oder Last-Minute-Rabatt, das kannst du natürlich sehr gut umsetzen, wenn du die vorher erwähnte E-Mail-Liste schon hast oder auch Social Media, da kannst du solche Aktionen dann auch mal pushen und glaub mir, Menschen lieben Rabatte. Tipp Nummer 8 für mehr Unabhängigkeit von Buchungsportalen ist natürlich Kooperationen und Partnerschaften. Auch hier gehen wir im Detail gerne darauf ein im Rahmen eines Coachings, weil besonders wenn du an A-, B- und C-Standorten vermietest und es gibt große Arbeitgeber in der Nähe, gibt es da eine coole Akquise-Strategie. Ist ein bisschen aufwendig, aber alles, was irgendwie im Leben erstrebenswert ist, braucht ein bisschen Arbeit, aber wenn du es dann einmal gemeistert hast oder bekommen hast den Partner, dann kannst du mit ihm über Jahre hinweg zusammenarbeiten und dort deine Verfügbarkeiten platzieren. Tipp Nummer 9 hat ein bisschen was mit deinem Produkt zu tun und mit deinem Kundenservice, also die Art und Weise, wie du kommunizierst. Wir werden definitiv auf diesem Kanal noch was machen zur digitalen Gästemappe und zu Prozessen, weil auch da haben wir einiges an Wissen angehäuft über die letzten Jahre, aber der Tipp Nummer 9 ist im Grunde excellent Customer Service beziehungsweise auch Bewertung aktiv einholen abseits der Buchungsportale. Das heißt für dich Google Maps, TripAdvisor etc. pp und diesen Social Proof Step by Step aufbauen, auch abseits von Booking.com und diesen Social Proof, also diese Testimonials, diese Kundenbewertung dann auch aktiv zu kommunizieren, besonders auf Webseiten, auf der Main Page sehen wir es immer sehr oft, dass Social Proof überhaupt nicht genutzt wird, aber es funktioniert. Tipp Nummer 10 ist einer meiner Lieblingspunkte, weil ich bin ja ein großer Fan von On-Page SEO und organischer Sichtbarkeit bei Google oder im Internet und das ist der Blog beziehungsweise Reiseführer. Du kannst auch schon mit wenigen Blogartikeln, also 5 bis 10, bis 20, 50, je nachdem wie fleißig du bist, kannst dir Topical Authority in den Augen von Google aufbauen, besonders wenn du die Grundlagen von On-Page SEO beherrschst und das können wir dir gerne beibringen. Also du bist ja eh der Experte und es war noch nie so einfach, Content zu erstellen, Content, du weißt ja, das sind Texte, Bilder, Videos und Audio, Inhalte zu erstellen und zu publizieren, zum Beispiel über ein Content Management System, auf dem hoffentlich deine Webseite fußt. Wir empfehlen ja immer WordPress, weil dann bist du sichtbar, Menschen googeln und Blog- und Reiseführer ist eigentlich, sollte gar nicht auf Platz 10 stehen, sondern meiner Meinung nach in den Top 3 der Tipps für mehr Unabhängigkeit von Buchungsportalen. Wenn du bis jetzt so geschaut hast, gehe ich davon aus, dass das Thema Unabhängigkeit von Booking.com und Unabhängigkeit von Buchungsportalen für dich wichtig ist und relevant. Wenn das tatsächlich der Fall ist, laden wir dich herzlich ein in unsere Fevo Marketing Akademie, weil da gehen wir nochmal in die Tiefe und helfen dir bei der Umsetzung und wir würden uns freuen, dich zu sehen. Alle Infos zu Fevo Marketing Akademie findest du in der Videobeschreibung. Bis dahin und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.